Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Krebs, der heutige Tag könnte dir ein Gefühl der Enttäuschung oder Frustration vermitteln, vor allem wenn du auf dem Weg zu deinen Zielen auf Hindernisse stößt. Es ist ganz natürlich, sich in solchen Situationen entmutigt zu fühlen, aber es ist wichtig, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Was wie Rückschläge aussieht, sind oft nur kleine Hürden und keine Anzeichen für persönliches Versagen. Behalte das große Ziel im Auge und denke daran, dass Ausdauer und Widerstandskraft der Schlüssel zum Überwinden von Herausforderungen sind. Du hast die Schlacht nicht verloren, es sind nur kleine Scharmützel im großen Ganzen. Dein derzeitiger Zustand ist von Hoffnung und positiven Absichten geprägt, ein Gefühl, das dich ermutigt und dir Energie gibt. Vielleicht spürst du aber auch einen Schatten des Zweifels oder der Unsicherheit. Die Herausforderung besteht darin, deine Ziele in die Realität umzusetzen. Körperliche Bewegung kann in diesem Prozess ein mächtiges Werkzeug sein. Sie ermöglicht deinem Körper, Hoffnung und Freude in seiner eigenen Sprache auszudrücken, trägt zu deinem allgemeinen Wohlbefinden bei und verankert deine Träume im Bereich des Möglichen. Vielleicht findest du dich heute von verwirrenden und widersprüchlichen Informationen umgeben. Es kann entmutigend sein, dieses Labyrinth zu durchschauen, aber lass dich davon nicht entmutigen. Gehe methodisch an die Situation heran und unterteile sie in überschaubare Schritte. Geduld und ein ruhiges, überlegtes Vorgehen sind deine Stärken, verlasse dich darauf, um dich durch das Durcheinander zu navigieren. Wenn sich die Sterne im Jahr 2024 ausrichten, könnten sie sich auf eine Reise des Herzens begeben. Für die Singles flüstert der Kosmos von neuen Anfängen, bei denen die Möglichkeit, einen Partner zu finden, heller denn je leuchtet. Sei offen für die Winde des Wandels, denn sie können dir jemanden bringen, der mit deiner Seele im Einklang ist. Wenn du bereits verliebt bist, sagen die Sterne eine Vertiefung der Beziehung voraus. Dies ist ein Jahr, in dem du deine Beziehung pflegen kannst, um durch gemeinsame Erfahrungen und gegenseitiges Verständnis näher zusammenzuwachsen. Egal, ob du eine neue Liebe eingehst oder eine bestehende bereicherst, das Universum scheint sich zu verschwören, damit deine Herzenswünsche in Erfüllung gehen. Mach dir die Magie der Verbindung zu eigen und lass dich von der Liebe leiten. Da Jupiter heute direktläufig wird, gibt es eine kollektive Verschiebung hin zu Positivität und Optimismus. Diese Planetenbewegung ermutigt uns, uns auf unsere Ziele und die wesentlichen Aspekte unseres Lebens zu konzentrieren. Das Quadrat zwischen dem Löwemond und dem rückläufigen Uranus im Stier deutet jedoch auf mögliche Herausforderungen bei der persönlichen Entwicklung hin, vor allem, wenn uns frühere Erfahrungen zurückhalten. Dies ist eine Zeit, in der wir Mut zur Veränderung haben, aus unserer Komfortzone heraustreten und einen Lebensstil annehmen sollten, der unseren Zielen und unserem wahren Selbst näher kommt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für den Krebs heute darum geht, angesichts von Rückschlägen die Perspektive zu bewahren, deine Ziele durch körperliche Gesundheit zu festigen, mit Geduld durch verwirrende Situationen zu navigieren, Ehrlichkeit in deinen Beziehungen zu schätzen und die optimistische Energie des Jupiters zu nutzen, um persönliches Wachstum und Transformation zu fördern. Denke daran, dass jede Herausforderung eine Chance ist, dich anzupassen und weiterzuentwickeln. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hochdrückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Sonne ist ein Symbol für Freude, Erfolg und Optimismus. Sie steht für eine Zeit der strahlenden Energie und Positivität in deinem Leben. Für den heutigen Tag deutet die Sonne darauf hin, dass du einen hellen und fröhlichen Tag voller Begeisterung und Erfolgserlebnisse erlebst. Es ist an der Zeit, die Freude zu umarmen und die einfachen Freuden des Lebens zu feiern. Die zwei der Münzen steht für Ausgeglichenheit, das Jonglieren mit verschiedenen Aufgaben und Anpassungsfähigkeit. Sie steht oft für die Notwendigkeit, ein Gleichgewicht zu finden, wenn du verschiedene Aspekte deines Lebens managst. Für den heutigen Tag rät dir die zwei der Münzen, ein harmonisches Gleichgewicht zwischen deinen täglichen Verpflichtungen zu halten, vor allem wenn du verschiedene Aufgaben oder Verpflichtungen hast. Die Zehn der Kelche ist eine Karte der emotionalen Erfüllung, der Zufriedenheit und des harmonischen Familienlebens. Sie steht für die Freude und Zufriedenheit, die durch starke emotionale Bindungen und ein Gefühl der Zugehörigkeit entsteht. Heute steht die Zehn der Kelche für eine Zeit der emotionalen Harmonie und des Glücks innerhalb deiner Familie oder deiner engen Beziehungen. Es ist ein Tag, an dem du die Liebe und Zufriedenheit mit den Menschen, die dir wichtig sind, zu schätzen weißt. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag der Freude, des Gleichgewichts und der emotionalen Erfüllung hin. Die Sonne strahlt Positivität und Glück aus, während die zwei der Münzen dich dazu ermutigt, deine Verantwortung im Gleichgewicht zu halten. Die Zehn der Kelche unterstreicht die emotionale Erfüllung und Zufriedenheit, die du in deinen engen Beziehungen findest. Lass dich heute von der sonnigen und positiven Energie der Sonne anstecken und nimm diesen Optimismus mit in deine täglichen Aktivitäten. Achte auf Ausgeglichenheit und Anpassungsfähigkeit bei der Bewältigung deiner verschiedenen Aufgaben, wie die zwei der Münzen rät. Schätze die emotionale Harmonie und das Glück in deiner Familie oder deinen engen Beziehungen und feiere die Liebe und Zufriedenheit, die du mit den Menschen teilst, die dir am wichtigsten sind. Schätze diehmer- und behalte dich auch. Schätze die archetype in deiner Mutter von der Körper erhältnissen, die du mit den Menschen teilst, die du mit der Geist im Anpassungsfähigkeit bei der Bewältigung und der Körper zurückhältst du mit den Menschen, die du mit den Menschen bist.